Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den heutigen Breaking News. Ich werde das jetzt immer so ein bisschen teilen, wenn irgendwas Krasses, Großes passiert oder Wichtiges passiert ist, dann gibt es immer eine Breaking News, ansonsten gibt es ganz normale News. Also heute mal ausnahmsweise wieder eine Breaking News, denn was ist passiert? Ich kriege schon wieder einige Nachrichten, dass sich Gerüchte einfach häufen und deswegen müssen wir hier einfach mal drüber quatschen. Denn es gibt aktuell ein paar Probleme rund um Bray Wyatt. Hier ist aber die Gerüchteküche größer und schlimmer und brutaler und kackiger als das, was wirklich passiert ist. Deswegen hier auch das Video. Generell, was ist passiert? Wir sehen seit einiger Zeit Bray Wyatt nicht in den Shows. Obwohl Bray Wyatt ja eigentlich ein Match gegen Bobby Lashley bei WrestleMania hat. Zuletzt hatte ich in den News, dass Brock Lesnar eigentlich das Match gegen Bray Wyatt haben sollte, der aber keinen Bock auf Wyatt hatte. So, was ja schon eigentlich an sich komisch ist. Jetzt kommt aber der nächste Punkt. Denn Bray Wyatt ist aktuell nicht verletzt, sondern krank. Also es gibt irgendeine Krankheit, die hat er aktuell. Es wird nicht gesagt, was. Es gibt eigentlich bloß die Aussage, dass er wegen physischen Problemen, also irgendwas am Körper, ist er aktuell nicht einsetzbar. Das ist eigentlich offiziell die einzige Meldung, die wir haben. So, er wurde also von Live-Events abgezogen, wurde erst angekündigt für Live-Events, für andere Live-Events, für die Smackdown-Tapings. Da wurde er aber dann kurzfristig auch abgezogen. Er ist also wegen Krankheit aktuell nicht in den Shows eingesetzt. Das heißt, technisch gesehen muss Bobby Lashley die Fede jetzt erstmal mehr oder weniger alleine aufbauen. Da das aber in der letzten Zeit auch nicht groß passiert ist, geht natürlich die Gerüchteküche weiter, dass vielleicht auch dieses Match nicht stattfindet. Also zwischen Bobby Lashley und Bray Wyatt. Denn bis auf die Auseinandersetzung mit Bobby Lashley und Onkel Howdy ist halt auch nicht viel mehr passiert in der letzten Zeit. Das heißt, das Match wurde erstmal nicht weiter aufgebaut. Und dann kam noch erschreckend dazu, dass Lashley selbst auf Twitter einen Post gepostet hat, in dem er gesagt hat, dass es ihm egal ist, wer gegen ihn antreten wird. Er wird auf jeden Fall seine ganze Macht demjenigen spüren lassen. Was natürlich, weil ja alle davon ausgehen, dass Bray Wyatt der Gegner sein wird für Bobby Lashley, ein komischer Post ist, wenn ich dann auf einmal sage, ist mir egal, wer gegen mich antritt, ich werde alle platt machen. Und das hat noch mehr in die Gerüchteküche reingehauen, dass Bray Wyatt dann vielleicht doch nicht Bobby Lashleys Gegner sein wird. Und möglicherweise könnte das ja auch sein, denn da wir ja aktuell nicht wissen, was das für eine Verletzung ist es ja nicht, sondern für eine Krankheit ist, kann ja keiner davon ausgehen zu wissen, wie lange fällt denn Bray Wyatt dadurch jetzt aus? Wird er vielleicht nur geschont? Ist aber alles gar nicht so schlimm, damit er für WrestleMania dann auch da sein kann? Oder ist es halt aktuell einfach so, dass diese Sache nicht absehbar ist, wie lange er ausfällt? Dass also die WWE schon mal und Bobby Lashley auch mit diesem Post schon mal eine Möglichkeit setzt, dass es einen anderen Gegner für Bobby Lashley geben könnte und dass Bray Wyatt nicht bei WrestleMania ist. Und jetzt kommen wir wieder zur Gerüchteküche. Das Problem ist halt, dass jetzt halt super viele Gerüchte kommen von wegen, yo, Bray Wyatt ist bestimmt unzufrieden. Bray Wyatt ist unzufrieden mit dem Kreativ-Team. Die haben keine Ideen für ihn. Die Ideen, die er hat, werden irgendwie nicht gut umgesetzt, weil Bray Wyatt natürlich für seinen Charakter super viel Ideen hat, super viel Einfluss nehmen möchte. Das könnte sich aber beißen mit dem, was das Kreativ-Team für ihn machen möchte. Und deswegen gibt es da schon wieder Probleme. Bray Wyatt will die WWE verlassen, war bei Raw, hat Raw verlassen, einen auf Sasha Banks gemacht. Alles also Gerüchte über Gerüchte, Freunde. Letztendlich ist alles nichts an dem ist, ist was Wahres dran, weil wir aktuell einfach nichts wissen. Aktuell ist das Einzige, was wir wissen, Bray Wyatt ist nicht gesund und wird deswegen aktuell nicht eingesetzt. Und Lashley hält sich die Option offen, einen anderen Gegner für WrestleMania zu kriegen. Das war's erstmal. Keine Bestätigung über längere Ausfallzeiten, keine Bestätigung über ein neues Match, nichts. Einmal nix. Deswegen, ja, ihr braucht mir also heute nicht weiterhin schreiben. Hat Bray Wyatt die WWE verlassen? Nein! Nein! Warum? Nein! Also alles erstmal ganz ruhig, Freunde. Alles entspannt. Er ist nur erstmal krank. Mehr wissen wir nicht, okay? Deswegen mal ganz entspannt. Könnte natürlich auch irgendeine Krankheit sein, in die psychischer Natur ist, dass er vielleicht wirklich... Wir hatten mit Bray Wyatt auch schon mal so ein paar Probleme, was das angeht. Auch letztes oder vorletztes Jahr zu WrestleMania oder kurz vor WrestleMania gab es ja auch schon eine längere Ausfallzeit wegen solcher Sachen bei Bray Wyatt. Das kann auch immer sein, dass der Kopf halt eher das Problem ist als alles andere. Aber das müssen wir abwarten. Aktuell gibt es einfach noch zu wenig Informationen. Es gibt zu viele Gerüchte und zu viele auch falsche Gerüchte. Deswegen wollte ich auf jeden Fall das Video machen. Dafür sind die Breaking News da. Einfach um euch kurz mal wieder runterzuholen und zu sagen, Freunde, erstmal ganz entspannt. Wir wissen noch nichts. Noch nicht viel zumindest. Deswegen warten wir einfach erstmal ab. So, das also erstmal zu der Bray Wyatt Geschichte. Dann ist heute der WWE 2K23 Release. Für die Leute, die diese Super Editions haben, die können heute schon das Spiel zocken. Ich werde ab 18 Uhr auf meinem Twitch-Kanal online sein und mit euch zusammen das Game suchten. Ich habe auch von 2K übrigens ein Paket bekommen. Und zwar dieses hier. Also das hier habe ich zugeschickt bekommen. Mit dem krassen, geilen Deluxe-Cover hier. Es sieht einfach so nice aus. Ja, und da drin befindet sich, ich mache es jetzt einfach mal mit euch zusammen auf, richtig cool auf jeden Fall, ein Bild von mir. Von eurem Lieblingswrestler. Look at this. Voll nice. Also hier schön in diesem Karten-Style hier aus dem Game. Sehr geil auf jeden Fall. Mal gucken, wo ich mir das hinhänge. Aber das ist doch mal eine sehr schöne Überraschung. Dankeschön an 2K Deutschland für diese Aktion auf jeden Fall. Den Sexy Boy hier drauf zu haben. Sehr cool. Ist halt ein bisschen schwierig, hier irgendwie mein Set noch einzubauen. Ich habe keine Ahnung. Das ist sehr, sehr schwierig halt einfach. Aber auch an sich, das Ding ist ja einfach... Wie geil sieht das aus? Selbst das könnte man sich irgendwo hinstellen. Ja, wir zocken also auf jeden Fall ab heute oder... Ja, ab heute sowieso zocken wir nicht mehr 2K22, sondern das neue Game. Und wir werden dann auch ab heute oder heute ab 18 Uhr auf meinem Twitch-Kanal online sein. Wir zocken das Spiel. Wir testen alles. Wir werden mich wahrscheinlich auch wieder basteln. Und ja, werden viel Spaß haben heute. Deswegen kommt vorbei bei mir auf Twitch. Hier unten wird es auch gerade eingeblendet. Und in der Videobeschreibung und im Kommentarbereich auch alles verlinkt, Freunde. Damit ihr da gleich draufklicken könnt. Denn läuft das. Also heute 18 Uhr. Nichts anderes machen, außer mir auf Twitch zuzugucken. Und dann war es das erstmal für heute mit dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt gerne eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Und wichtig auch, wen würdet ihr denn als Ersatzgegner für Bobby Lashley nehmen? Wenn ihr jetzt die Macht hättet, für WrestleMania zu entscheiden, wer wäre denn euer Ersatzgegner für Lashley, wenn jetzt wirklich Bray Wyatt aufgrund von Krankheit ausfallen sollte. Gut, Freunde. Das war es dann erstmal soweit für heute mit dem Video. Und wir sehen uns. Macht nicht mehr so dolle. Bis nachher im Livestream. Haut rein und tschu.